hallo und herzlich willkommen ihr freunde der pyrotechnischen unterhaltung heute mit einem bunker spezial video von röder feuerwerk wir hatten euch ja versprochen einen kleinen bunker rundgang zu machen ich stehe heute hier in bunker nummer 18 und möchte euch mal kurz durchführen das ist der bunker hauptsächlich mit heron und leslie es gibt noch weitere aber es ist ziemlich voll hier es hat nicht alles rein gepasst aber seht selbst los geht's so und schon geht's los wir haben hier eine palette heikos favorite daneben eine palette tadjana cake 13 haben wir hier was trinken natürlich jetzt auch ein stockwerk höher hier oben haben wir titanium blue final box gold noch mal final box gold auch mal ein leerer wurde schon dran geknappert hier an diesem platz ein weniger so Untertitelung des ZDF, 2020